jo leute einbauen bastion tag ist willkommen zu conquest zusammen mit dem lieben john hallo du bist erst das soll ich will kann es ich bin mit meinem lieblingskitz scout und er mit seinem neu erworbenen ja wie soll ich sagen scout nicht laut was willst du noch mal ja und bei conquest geht es darum dass wir es gibt verschiedene stützpunkte und es gilt da es gilt die einzunehmen und man bekommt halt glaube ich irgendwie alle 80 kunden dann bekommen die gegner ein ticket hier wie man jetzt bei auf dem rechten scoreboard jetzt gleich sieht abgezogen bei einer stück von antiken sobald eine stadt ja so und bei und noch für diese halt die stützpunkte genau bekommt man dann eine das gegnerische team ticket ab tickets abgezogen also bist du weniger für haben ja wie viele ist die menschen unterhaben müssen wichtig und es geht halt darum alle tickets vom gegner weg zu holen ja ich hab's gesehen ich möchte dieser essel warum stirbt er denn nicht man ja ja ich bin mein werk ja wo soll ich mich hin navigieren ich komme ich komme zum wald okay lassen wald gehen so und wir versuchen jetzt mal erster zu werden also die meisten punkte zu bekommen im moment haben wir noch nicht so viel gemacht ja ich komme zum wald okay wald auch wenn ich komm zu ja äh nee komm zu wald wald hat noch niemand wald hat blau im moment wald unbekämpft jetzt ja jetzt ist es unbekämpft jetzt wohl ich es gerade ich gehe zur tankstelle von blau ne tankstelle ist doof ich gehe zum bahnhof komm auch zum bahnhof ach ja so wie ihr seht habe ich speed 3 und wie heißt es hier sprungkraft 2 wenn du mir fehlt noch ein level ab für den scout damit ich da voll mir fehlt noch ein paar denn ich brauche noch power 2 für der vollen 3 protection 2 ja 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 das ok so das haben wir dann gleich auch eingenommen tankstelle okay oder tankstelle oder blau hat nie tankstelle kommen da gehen hat das ein tank ok ja ich glaube kann er uns nicht mir zumindest nicht oder ist ja noch tötet in dem ich habe ich sterb gleich mal ja geil das bringt mir relativ wenig wenn du den hast ich gehe jetzt zur straße und lasst zum bahn zum wald wald haben hat blau wieder eingenommen ja ich auch ich laufe neben beim blauen hinterher und hier war ein schöner klassen rief ist ein blut ich bin gleich beim wald dann haben wir das auch so hier nehmen wir das jetzt ein und deinen sich auch wieder ein blauen den können wir uns danach ja schnappen kommen ja hier und wir schnappen uns den blauen da so lauf 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 wir laufen jetzt auf ihn zu und da kommt die war da kommt die wo ist die pickstelle da kommt die pickstelle bahn noch eine pickstelle weil ich schneller bin als er nur speed 2 hat noch eine pickstelle noch eine pickstelle und das war es dann mit ihm wo ist denn der pack man so da ist noch jemand da hier wie können das hier einnehmen achtung 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 oh mein gott hier können wir nicht bedanken das ist der bus das ist lauer was wo 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 ich hätte ich helfe dir so wir sind jetzt direkt fast nee wir sind gar nicht bei der blauen base man dieser scout der tötet mich man wieso tötet der mich ich kommt zur tankstelle meine tankstelle wieder diese davor wie der mich kommt man danke meine team jetzt haben wir gerade echt aus der patch geholfen ich bin in luft geflogen nochmal zur tankstelle worten ich bin mal tankstelle wieder ich gehe mal ein bisschen amok laufen leute hast du wer dann sollen wir ein bisschen killen damit die partie ja so ich gehe zum berg ich gehe zum werk da kann man schon kill falls ihr noch mehr konkurs sehen wollt dann lasst auch mal einen daumen hoch da und schreibt andere kittel hier sachen rein und ihr könnt noch mal beim club da also nicht mein bruder vorbeischauen mit dem haben wir nämlich auch eine runde konkurs aufgenommen und war auf jeden fall ganz fresh und das welt könnt ihr mal gucken der macht nämlich so ein format das heißt roto konkurs pro und ja muss ich mal gucken ich weiß nicht noch nicht ob er irgendeine folge hochgeladen hat auf jeden fall hat es aber schon fresh aufgenommen mit uns peck mir natürlich auch mal am spiel so wir sind ja jetzt an einer anderen basis und die haben wir eingenommen aber ich möchte mich töten ja und jetzt kommt eine scheiß team mit oder war nicht weglaufen dann bestell mich dort haben wir ja aufgeräumt dann gehen wir zur tankstelle ich habe so ein typ der mich eben gekippt habe ich so gekippt dann kommen wir seine komparen wollen mich kill ich werde so eine granate unter mich im video team platzieren und dann sterben einfach beide ich glaube der typ ist los ich bin mir nicht sicher hinter uns ich bin mal berg ja komm ich zur tankstelle also für die beiden letzten minen auf ihn drauf von kommt zur tankstelle so scout an scout ist halt richtig cool der ist halt nicht so gut aber wenn man einen guten tag hat ich habe jetzt ja ich bin eben gerade ein oder sagt er dann haben wir alle stützpunkte wenn ihr die einnehmen haben wir alle 321 hier ist das richtiges massengemetzel tankstelle ja sind viel zu viele blaue ja bin tot kommt zu bergwerk okay dann komme ich zum berg navigation auf den berg gestellt der berg dominiert an der berg mit grenzlich berg mit grenzlich nicht mit aaron nicht mit creep style p an der stelle der jungen daten wohl gepaute es wird von technischen hier portenal okay wacht ihr an ich bin jetzt da hätte er die ganze zeit abholt und dann wieder kommen gut wir haben verteilt damit kommt okay wir vertraut man also ich wir schlagen immer abwechselnd drauf und du schießt die ganze zeit wartet da ist eine tankstelle so angenommen okay dann wollen wir die tankstelle haben wir eingenommen da kann man auch gut mitspielen da kann man aktiv mitspielen auch so er wird hat einen zombie muss ich jetzt irgendwo bestehen und die ganze zeit kämpfen man kann auch mit spiel nochmal das bin ich das gut okay wir haben eingenommen hier ist niemand das das ist der der hinter uns das ist der der hinter uns das ist der hinter uns das ist der der full hat eben mitgegeben das sind einer von uns wir haben wir jetzt können wir schnell verfolgen ja wir haben jetzt nicht ich hab's geht ja ich auch ich kann sie achte ist in der blauen base hier sind ein paar leute hinter mir selbst gemacht damit habe ich aber noch drei leute in die luft wieso braucht man zwei klassen nebeneinander auf ich verstehe es nicht oh gott hier sind richtig knappe falls ja ich bin immer noch nicht tot und die granate hat sie richtig auf ja wir haben gewonnen und das heißt dann die die zu dem fd zu dem g baby ja was ist ja guck mal wie viele du wieder willst jetzt kommt ich wieder achte auch nicht meine jachter sein immer erster sein so leute dann was das und schreibt auf jeden fall mal in die kommentare was ihr jetzt extrem wort und dann sehen wir uns bei wieder schuss